Sepp Hürten ist ein deutscher Bildhauer. Leben, nach Kriegsdienst und Gefangenschaft von 1945-1946 bis 1951 belegte er ein Studium der Bildhauerei bei Wolfgang Wallner und Ludwig Gieser an den Kölner Werkschulen. Außerdem erhielt er eine Ausbildung in Schnitzerei bei Robert-Peter Kage in Köln. Ab 1951 wurde er freischaffender Künstler. Seitdem ist Hürten hauptsächlich auf dem Gebiet der kirchlichen Kunst tätig, bevorzugt in Kirchen der Bistümer Köln, Trier und Paderborn. 1956 hatte er eine Teilnahme an der Ausstellung Die neue Kirche, Bau und Ausstattung anlässlich des Katholikentages in Köln. 1960 war er zu Gast auf der Ausstellung Neue Kirchen im Erzbestum Köln 1950-1960. in Bologna und 1962 bis 1963 auf den Ausstellungen Gegenwärtige, christliche Kunst in der Erzdiözese Köln 1945 bis 1962 in der Galerie Kreuze Paris und in Tongeren. 1964 war Hürten Gast auf der Ausstellung A Sacre. Kirchliche Kunst im Erzbestum Köln 1945 bis 1964 und 1975 in A Sacre 75 Kirchliche Kunst der Gegenwart Beide in Köln Hürten lebt in Köln Hochkirchen Werke Köln Gürzenich Beteiligung an der Neuausstattung 1954 Horem St. Clemens Alter Entwurf 1959 Köln St. Pantaleon Grabstätte des HL Bruno Fußbodengitter Schiefer Entwurf 1961 Sarkophag der Kaiserin Theophanu Marmor Entwurf 1965 Köln Höhenhaus zur Heiligen Familie Turm Bekrönung Kupfer Entwurf 1963 Köln St. Georg Alter Insel mit Alter Leuchter Ambo Ewiglicht Tabernakel Gitter Osterleuchter Portal mit Griffen Entwurf 1963 bis 1971 Köln St. Aposteln Kreuzweg Stationen Kreuz als Kuppel Bekrönung Hochaltar mit Baldachin Entwurf 1970 bis 1975 Köln St. Laurentius Teile der Innenausstattung Kölnbrück St. Hubertus Pieter aus Brosse Köln Rathsturm zwei Figuren 1991 bis 1992 durch Kopien ersetzt 2008 Bonn Buschdorf St. Tegidius Bronze Portal Bonn Castell St. Josef Bronze Figuren auf dem Josefsbrunnen Königswinter Stadtteil Niederdollendorf Konzeption Niederbizingsgruppe 9 intrigierende Sicht